Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Mike Hager. Ich habe einen Spiegel Bestseller zum Thema Geld geschrieben. Geld allein ist auch eine Lösung. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich auf dem NFT-Markt dazu gekommen bin, mir ein Portfolio von über 4 Millionen Euro aufzubauen. Ich weiß, das klingt total wahnsinnig. Für mich ist es auch komplett wahnsinnig. Ich habe ja schon gedacht, bei Bitcoin damals, okay, das ist echt krass. Da habe ich aber auch echt was verpasst. Weil ich meine ersten Bitcoins damals gekauft habe, für 30 Euro das Stück. Ich habe sie dann für 180 Euro das Stück verkauft. Habe gesagt, juhu, ich habe versechsfacht. Jetzt ist Bitcoin irgendwo im Bereich 40.000 Euro. Und ich bin dann später reumütig bei so 3.000, 4.000 Euro wieder eingestiegen. Und etwas zu früh verkaufen, das passiert mir nicht mehr. Und so bin ich auch an den NFT-Markt rangegangen. Wie bin ich denn in den NFT-Markt überhaupt reingekommen? Bevor ich dir das erzähle, nur ganz kurz vorneweg. Ich habe ein Mentoring zum Thema NFTs. Das ist ein exklusives Gruppen-Mentoring, in dem ich Menschen begleite. Wir haben zwei Telegram-Gruppen. Wir haben ein wöchentliches Zoom-Meeting, wo wir uns treffen, wo ich immer davon erzähle, worin ich investiert habe. Und wo wir uns zum Thema NFTs, DeFi und Kryptowährungen, die meistens mit NFT und DeFi, also mit dezentralisierten Finanzdienstleistungen, zu tun haben, austauschen. Ich habe aber auch noch ein ganz Basic-Produkt. Das ist ein Mitgliederbereich. Da sind alle meine Online-Kurse drin. Kostet einmalig 97 Euro. Und da ist auch ein NFT-Grundkurs drin. Und viele, viele andere Kurse. Kostet einmalig 97 Euro. Und danach 29,95 im Monat. Kannst du jederzeit monatlich kündigen. Da ist auch der NFT-Grundkurs drin. Warum ist da der NFT-Grundkurs drin? Weil ich ein totaler NFT-Liebhaber bin. Ich liebe dieses Zeug über alles, weil ich es faszinierend finde, was da möglich ist. Und wo ich damals bei Bitcoin gesagt habe, den richtig coolen Zug, Bitcoin bei 10 Euro oder bei einem Euro kaufen, den habe ich verpasst. Den habe ich dieses Mal bei NFTs erwischt. Und ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Ich glaube, auf diesen Zug können noch sehr viele Menschen aufspringen, weil es sehr, sehr wenige Menschen gibt, die heutzutage erst in NFTs investieren. Und ich glaube, nach meiner Grundannahme, die du auch hier auf diesem Kanal in einem anderen Video findest, dass NFTs ein Riesending werden. Genauso groß und so allgegenwärtig wie das Internet. Und deswegen da jetzt früh dabei zu sein, früh das Wissen zu haben und sich früh auszukennen in diesem Bereich, ist etwas, was uns alle sehr, sehr reich machen wird. Entweder, wenn wir in NFTs investieren oder wenn wir uns das Wissen aneignen und später Menschen zu diesem Thema beraten können. Ja, es war der 28. Februar. Ich bin am Sonntag in der Früh, es war ein Sonntag, aufgestanden, konnte nicht mehr schlafen und habe mir ein YouTube-Video angesehen, was mir ein Freund weitergeschickt hat, wo es eigentlich um Pokémon ging. Und in diesem YouTube-Video wurden so Pokémon-Päckchen aufgemacht und dann hat einer in diesem YouTube-Video so nebenbei erwähnt, ja, NFTs sind ja super interessant. Und ich hatte zwei Wochen vorher schon mal von NFTs gehört und seitdem war ich auf der Suche, wie kann ich in NFTs investieren. Und ich habe es nicht herausgefunden, bis der gesagt hat, eben in diesem Video, ah, da gibt es ja diese Crypto-Punks. Ich so, okay, Crypto-Punks. Ich bin damals, und da hole ich euch jetzt auf meinen Rechner, ich bin damals auf die Seite von Larvalabs gegangen. Gehe ich hier vielleicht nochmal zurück. Larvalabs und dann gibt es hier The Crypto-Punks, Read More, und dann kommst du hier auf die Crypto-Punks-Seite. Und dann habe ich gelesen, 10.000 einzigartige Sammelcharacters, die sehen alle so aus, jeder sieht anders aus, okay, was kosten denn die, was, also damals war das weniger, jetzt 103 Eter, also 300.000 Dollar für den günstigsten, also For Sale, 103 für den günstigsten. Damals waren die Preise noch anders. Ich bin da draufgegangen und habe mir gedacht, okay, das ist ja echt ziemlich viel. Und dann habe ich so ein bisschen rumgelesen. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, das ist wirklich ein interessantes Investment. Und dann habe ich diesen meinen ersten NFT gekauft. Das ist meine Crypto-Punk-Kine 1548. Die hat drei Accessoires, und zwar einen dünnen Irokesenschnitt, einen Purple, einen lila Lipstick, Lippenstift und einen O-Ring. Und du kannst hier im Verlauf sehen, dass ich die am 28. Februar gekauft habe für 24,62 Eter. Wenn ich jetzt mal drauf schaue, 24,62 Eter. Und ich gehe mal auf das rarste hier, den dünnen Mohawk. Von dem gibt es nämlich nur 441 Punks, die den haben. Dann finde ich diese 441 hier. Und dann sehe ich, der günstigste, der momentan For Sale ist, ist 103. Aber meine Frau ist eigentlich eher so wie die hier oder noch mehr so wie die hier. Also wir sind hier eher zwischen 125 und 137 Eter im Verkauf. Zuletzt verkauft wurde eine, die so ähnlich aussah. Hier für 92 Eter, aber vor zwölf Tagen, da waren die Preise noch um einiges weiter unten. Also du siehst, das Ding hat massiv an Wert zugenommen. Die habe ich an dem Tag gekauft, wie gesagt, für 24,62 Eter. Das waren damals 33.000 Dollar. Dann habe ich am selben Tag sofort noch eine gekauft, und zwar die hier, CryptoPunk 5413. Die waren ein bisschen teurer. Die habe ich für 35 Eter gekauft. Also die 35 plus die hier 24 sind 59,6 gewesen. Warum 59,6? Weil ich exakt 60 Eter zur Verfügung hatte. Warum hatte ich 60 Eter zur Verfügung? Weil ich Jahre zuvor 60 Eter gekauft habe. Was war damals der Eterkurs? Der Eterkurs war damals bei 200 Euro. Diese 60 Eter haben mich also damals 12.000 Euro gekostet. Also haben mich diese beiden CryptoPunks 12.000 Euro gekostet. Und wenn ich jetzt hier mal drauf schaue und sage, okay, wir nehmen nur den niedrigsten Preis und sagen 103, dann sind wir bei 301.000. Und nehmen bei der hier das Accessoire, blonde kurze Haare. Gehen wir hier mal blonde kurze Haare. Die nächste ist die letzte für 93 verkauft worden. Und angeboten wird die nächste für 149, beziehungsweise hier mit Sonnenbrille für 140. Also nehmen wir mal hier nur die 93. Dann haben wir die 93, sind 272.000 Dollar. Und haben hier die 300, also sind allein das 572.000 Dollar. 572.000 Dollar sind in Euro ungefähr 572.000, dann sind wir bei 700.000 Euro. Ich habe also mit Eter, die ich für 12.000 Euro gekauft habe, zwei Punks gekauft, die heute 715.000 Euro wert sind. Ich habe aber dann auch noch einen dritten Punk gekauft, und zwar meinen Hulk Hogan hier für die Nummer 5.399. Den habe ich gekauft für 23 Eter am 18. März, weil ich mir gedacht habe, nee, ich möchte mehr als zwei Kryptopunks haben. Diese Eter habe ich damals gekauft. Die haben mich irgendwas um die 35.000 Euro oder so gekostet. Also diese drei Punks habe ich gekauft und wenn ich jetzt hier schaue, was ist einer mit so einem Schnurrbart ungefähr wert, dann landen wir ungefähr irgendwo hier bei 340.000. 340.000 in Euros sind ungefähr 272.000 plus die 715.000 von vorhin. Sind wir bei 987.000, also sind wir schon bei einer runden Million einfach mit diesen Kryptopunks. Das war der eine große Schachzug in Anführungszeichen. Der zweite große Schachzug war, Bored Apes zu kaufen. Und zwar am Tag, als sie gemintet wurden. Also du kannst übrigens all das immer überprüfen. Du kannst hier reingehen, kannst schauen, wann wurde das gekauft. Hier 23,49 am 18. März mit hier dieser Wallet. Und dann siehst du hier in dieser Wallet, da sind jetzt hier diese drei Punks drin. Das sind meine drei Punks, kannst du aber auch diese Wallet-Adresse kannst du ohne weiteres auch auf OpenSea finden. Das ist eine meiner beiden Wallets. Ja und der nächste Punkt, den ich gemacht habe, ich habe Bored Apes gekauft. Die Bored Apes, das sind diese zehn Freunde hier, die wurden damals rausgegeben auf einer Website. Für 0,08 Ether konnte man die minden. Ich habe also für diese zehn Bored Apes 0,08 Ether alles in allem bezahlt. Und diese Bored Apes sind jetzt alles zusammen. Je nachdem zwischen 1,5 waren aber auch schon 2,5 Millionen wert. Erstens, weil der Bored Ape-Preis schon höher war. Aber vor allem, weil ich noch was dazubekommen habe. Ich habe zu jedem Bored Ape einen Hund dazubekommen. Jeder, also hier sind noch neun Hunde. Einen habe ich mal verkauft. Es waren mal zehn und allein diese zehn Hunde sind auch schon wieder fast 100.000 Euro wert. Und dann habe ich obendrauf noch das sogenannte Serum bekommen. Da kannst du aus diesem Bored Ape einen mutierten Bored Ape herstellen. Da habe ich hier mal neun, neun Copies owned und habe hier ein Stück. Also die neun mal vier Ether sind 36, plus die neun sind 45. 45 mal 2600 glaube ich sind wir heute ungefähr, sind nochmal 117.000 Euro. Also auch hier wieder alles zusammen 1,5, 1,6, 1,7 sind wir schon bei 2,7 Millionen. Und dann sind noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Ich habe zum Beispiel diese drei Chromie Squiggles gekauft. Und Chromie Squiggles sind echt schöne Kunstwerke. Das sind die ersten Kunstwerke von Artblocks. Wenn du jetzt hier auf Go gehst und dann kann ich hier dunklen Hintergrund zum Beispiel einstellen, dann stell dir mal das vor, zwei auf zwei Meter in deinem Wohnzimmer oder in meinem Wohnzimmer. Das wird mal wunderschön sein. Diese drei Chromie Squiggles habe ich gekauft für, du siehst hier, einen für 0,33 Ether von Trill. So hieß der Verkäufer an mich. Kannst du dir hier auch immer auf Etherscan mit meiner Adresse, das ist die hier, kannst du dir die Transaktion anschauen. Und da siehst du für 0,33 Ether wurde dir ja transferiert. Wenn ich jetzt mal hier drauf gehe und suche nach den Chromie Squiggles 0,33, also ich habe für diese drei Chromie Squiggles drei, ein Ether gezahlt, alles in allem. Und wenn ich jetzt mal schaue, was ist der günstigste Chromie Squiggles wert, da sind wir bei 14 Ether. Also 14 mal 3 minus 1 Ether Einkaufskosten sind wir bei 41 mal 2600, sind das auch schon wieder 106.000 Euro. Und da kommen jetzt eben noch ein paar mehr solche Sachen dazu, die ich früh gekauft habe. Ich habe nicht nur Chromie Squiggles gekauft, ich habe zum Beispiel auch andere Art Blocks Sachen gekauft. Da sind zum Beispiel Dinge drin, wie hier sind die Transitions, die sind noch nicht so gestiegen, aber zum Beispiel hier die Alien Clocks. Diese Alien Clock habe ich gekauft, kannst du sehen, für 0,45, glaube ich, waren es damals, 0,45 Ether. Wenn ich jetzt mal draufgehe und sage, was kostet denn so eine Alien Clock, das ist eine, schauen wir mal vom Bereich her, die Eye True Scanner Falls, machen wir mal Palette Triangulär. Was kostet Triangulum? Was kostet eine Palette Triangulum? Die ist momentan, oh, wird angeboten für 50 Ether. Auch das sind wieder fast 150.000 Euro, die dieses Ding inzwischen wert ist. Und so könnte ich jetzt weitermachen mit noch einigen Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe ganz viel von den Apparitions zum Beispiel gekauft. Diese Apparition, die habe ich sogar selbst gemintet. Kannst du sehen, mintet, 0-Adress, 6-Monster-Go. Wenn du da reinschaust, ich habe Mint bei Art Blocks für 0,1 Ether, habe ich die gemintet. Wenn ich jetzt mal in so eine Apparition reingehe und sage, was kostet einfach die günstigste Apparition, gehe ich auf All Apparitions, gehe mal auf Buy Now und habe dann Low to High. Dann siehst du, dass so eine Apparition jetzt bei 3,88 ist. 3,88 minus 0,1 mal 2600 ist auch diese Apparition, ist 10.000 und nicht nur diese eine Apparition. Ich habe mehr Apparitions gekauft. Und zwar, wenn du es mal nochmal sehen möchtest, sind hier alle meine Apparitions mit drin. Das sind hier 1, 2, da müssten noch mehr kommen, 3, 4, 5, 6. Die habe ich dann alle so um den Bereich, da schaue, die habe ich für 0,34 gekauft, die habe ich für 0,4 gekauft, die habe ich für 0,35 gekauft. Also siehst du, die sind alle massiv gestiegen. Diesen Algobot zum Beispiel habe ich für 0,1 Ether bei Artblocks gemintet. Wenn du jetzt mal drauf schaust, der hat Komponente Window, das ist ein relativ seltener Algobot, wenn ich da jetzt auf Buy Now draufgehe, Low to High, für 0,1 gemintet, ist jetzt 10 Ether wert. Der ist jetzt 26.000 Euro wert, dieses Ding. Und so habe ich weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Ich habe jetzt hier mal so eine Software ausprobiert, die finde ich noch nicht ganz glücklich. Dann mache ich eine bessere und dann hast du hier, das rechnet hier gerade noch für mein Gesamtdepot, gerade einen relativ schlecht berechneten Wert von 4 Millionen Dollar. Wir sind mit Sicherheit da eher zwischen 4 und 5 Millionen Euro, weil ich schon gesehen habe, dass der manche Sachen nicht so richtig gut einrechnet. Aber das war meine Vorgehensweise. Meine Vorgehensweise war sehr, sehr früh, mich mit dem Thema zu beschäftigen und das ist meine Vorgehensweise auch heute noch, zu schauen, was ist interessant, was könnte sich gut entwickeln. Wir haben letztens zum Beispiel auch, kann ich euch nochmal zeigen, hier haben wir, warte mal, ich gehe mal auf OpenSea, gehe mal auf OpenSea, Lost Poets, ich zeige euch hier nochmal eine andere Wallet, das ist die Warren himself, da kann ich die nämlich schneller finden. Da sind die Pages von Puck drin, Page, zack, Return, dann siehst du, so eine Page kostet jetzt 1,13. Wir haben die gekauft, also ich habe die gekauft und viele aus meiner Mentoring-Gruppe haben die auch gekauft für 0,32 gemintet am Anfang. Also 1,13 minus 0,32 sind 0,81 Ether mal 2.600, 2.100 Euro im Plus mit einer Page. Ich habe 17 Pages gekauft, also allein mit diesen Pages bin ich 34.000 Euro im Plus. Das war so eine Geschichte, wo ich halt zu meiner Gruppe gesagt habe, hey, ich kaufe jetzt so eine Puck-Page, da siehst du übrigens, wenn du reinscrollst, reinzoomst, so ein Muster, wenn du noch weiter reinzoomst, siehst du, dass jedes Ding von diesem Muster ein einzelnes Pixelbild ist, ist mega interessant und mit denen kannst du die Lost Poets minten, die sehen übrigens so aus, ich habe mir da zwei, also du verbrennst dann so eine Page und kriegst dafür einen Lost Poet, dazu mache ich nochmal ein Extra-Video und wenn ich dann hier mal reinschaue und gehe auf diesen Lost Poet drauf, das ist der, den ich bekommen habe, der ist relativ selten, das ist nämlich ein Junger. Wenn ich da jetzt draufgehe und sage, aus diesem Bereich Origin Z2 6K, was kostet denn da der günstigste? Dann sind wir bei 1 Ether 65 und wenn ich mal schaue, was der günstigste kostet, der so jung ist, also hier Property Age 0,09 und gehe da mal auf Buy Now, dann sehe ich, dass wir da bei 5 Ether sind. Also 0,32 Ether Einsatz, 5 Ether, wenn ich den jetzt verkaufen würde. Und das war jetzt erst vor ganz kurzem wieder und auch aus meiner Gruppe haben einige so eine Page gekauft und sind da schön im Plus damit. Ja, also das ist das, was, wie ich im NFT-Bereich sozusagen mein NFT-Vermögen aufgebaut habe. Ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mit Sicherheit, das klingt komisch, aber ich habe es mal überschlagen, ich habe mit Sicherheit über 1.500 Stunden Recherche da drin. Ich kenne mich in dem Bereich inzwischen sehr gut aus. Ich kenne sehr, sehr viele in dem Bereich weltweit. Wir sind weltweit verteilt, habe Kontakte von Israel nach Amerika, nach Holland. Überall sind NFT-Freunde von mir, mit denen ich im Austausch bin. Und da stecken wir uns natürlich auch das ein oder andere Geheimnis zu, wo sich vielleicht was rausholen lässt. Und das sind genau die Sachen, die ich an meine Mentoring-Gruppe weitergebe. Und mein Versprechen an meine Mentoring-Gruppe ist immer, dass ich genau sage, in was ich investiere und wie viel ich investiere. Und dafür treffen wir uns einmal die Woche in einem Zoom-Meeting. Und ich habe zwei Telegram-Gruppen. Eine Telegram-Gruppe, in die schreibe ich immer rein, was ich gekauft habe. Und die andere Gruppe, in der tauschen wir uns aus und helfen uns gegenseitig und unterstützen uns. Wir haben wirklich eine der geilsten NFT-Communities weltweit. Wir werden mit Sicherheit auch die größte deutschsprachige NFT-Community, vielleicht sogar die größte internationale. Wer weiß, wer weiß. Und wenn du dich dafür interessierst, dann würden wir miteinander telefonieren. Trag dich hier drunter ein, da ist der Link zu dem kostenlosen Gespräch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da hören. Und dann schauen wir einfach mal, ob das für dich was ist. Ob es Sinn ergibt, dass wir zusammenarbeiten. Ob es Sinn ergibt, dass du reinkommst in die Gruppe. Ich weiß, es klingt ein bisschen blöd, aber ich lasse auch nicht jeden rein. Wenn da jemand mit völlig falschen Erwartungen reinkommt, so nach dem Motto, hey, mach mich in einer Woche zum Multimillionär. Das funktioniert nicht. Ich schaue wirklich da sehr genau drauf, auch dass die Gruppe zueinander passt. Und wenn du das willst, dann melde dich einfach an für ein kostenloses Gespräch. Und wenn du sagst, hey, ich will nur mal reinschnuppern, dann 97 Euro einmalige Gebühr und dann 29,95 Euro im Monat. Komm in Mike's Money Member rein. Und da kriegst du einen NFT-Grundkurs neben vielen, vielen anderen Kursen, die da auch noch mit drin sind. Ein Grundlagengeldkurs, ein ETF-Kurs, ein Goldmünzenkurs, ein Mindset-Kurs, ein Persönlichkeitsentwicklungskurs. Alles mit drin und jederzeit monatlich kündbar. Also ich freue mich, dass du mit dabei wärst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass einen Daumen hoch da. Bitte abonnier den Kanal. Schick das Video ruhig auch weiter. Und setz dich bitte mit dem Thema NFTs auseinander. Das kann sehr, sehr lohnend für dich sein und wird sehr, sehr lohnend für dich sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.